in der hamburger morgen post ein einseitiger bericht hamburgs porsche fahrer zittern das nicht ganz richtig denn porsche fahrer zittern in ganz deutschland wenn sie diese schätze in tiefgaragen parken und glauben diese fahrzeuge stehen da sicher vor sturm und regen ja aber nicht vor den diebesbanden dies auf die teuren scheinwerfer abgesehen haben die sie sehr gewaltsam aus den kuhflügeln rausschneiden und häufig werden auch die teuren felgensätze gestohlen besonders ärgerlich wenn die fahrzeuge dann auf den sündhaft teuren compound bremsen abgestellt werden dann gehen die schäden schnell in die 20.000 oder über 20.000 euro davor kann man sich unheimlich gut schützen denn die achillesferse aller werkseitigen systeme ist dass es immer serienfertigungen sind und die diebe immer eine möglichkeit finden diese zu umgehen beim porsche es ist besonders einfach und besonders ärgerlich eigentlich weil die autobatterie direkt zwischen den scheibenwischern sitzt und der die braucht nur eine kunststoffverkleidung abzunehmen und dann kann er die batterie natürlich abtrennen und dadurch ist die werkseitige alarmanlage nicht mehr mit strom versorgt das ist dem was wir verbaut haben von pandora ist puffer gestützt ist punkt nummer eins und zum zweiten haben den dms sensor eingebaut das heißt wenn sich der dieb an dieser verkleidung zu schaffen macht und nur ein klein bisschen dran rum rüttelt das ist ein drei achsen schock so den wir von der empfindlichkeit stufenlos einstellen könnt bekommt ihr sofort eine benachrichtigung auf euer handy das ganze funktioniert weltweit denn das alarmsystem hat eine datenkarte drin überträgt die daten permanent zu dem server selbst wenn jetzt jemand kommt und meint er müsste mit dem stör sender das auto vorher stören bekommt in der benachrichtigung von dem pandora server und wisst dass irgendwas an dem auto nicht in ordnung ist auf unserer internetseite kfz alarm die findet ihr ein kontaktformular da könnt ihr eintragen wo er wohnt und welches baujahr eurer porsche ist und dann erstellen wir euch ein individuelles angebot für euer fahrzeug ich hoffe mein beitrag war interessant für euch wenn noch weitere fragen habt könnt ihr uns auch gerne anrufen auf der 0800 535 54 33 oder ihr schickt uns eine e mail auf die info at kfz alarm.de vielen dank euer kai stufen kfz Vielen Dank.